Die Coppa Italia 1999, 2000, den Fußballpokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1999, 2000, gewann Lazio Rom. Die Laziali trafen im Finale auf Inter Mailand und konnten die Coppa Italia zum dritten Mal nach 1958 und 1998 gewinnen. Mit 2 zu 1 und 0 zu 0 setzte sich Lazio Rom gegen Inter durch. Man wurde Nachfolger des AC Pama, das im Achtelfinale gegen Chagliari Calzico ausschied. Als italienischer Pokalsieger 1999, 2000, qualifizierte sich Lazio Rom für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres. Allerdings gewann Lazio neben dem nationalen Pokal auch die italienische Meisterschaft 1999, 2000 und war somit für die UEFA Champions League. 1999, 2000, qualifiziert. Da auch Lazios Finalgegner Inter Mailand im folgenden Jahr in der UEFA Champions League startete, rückte der Tabellen siebte der Serie A 1999, 2000, der AC Florenz in den UEFA-Pokal nach. Gruppenphase Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4, Gruppe 5, Gruppe 6, Gruppe 7, Gruppe 8 Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Hinsperig Spiel siehe auch Halbfinale 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 Vielen Dank.